Fett verbrennen und zwar genau auf die Bedürfnisse deines Körpers angepasst. Das Strampeln auf der Stelle ist ein perfektes Training für Körper und Geist. Und jeder kann's. Das Beste dabei, du entscheidest selbst, was du dir beim Spinning abverlangst und kannst dich dennoch von deinem Trainer mitreißen lassen, wenn du Lust auf hohe Leistung bekommst. In nahezu allen Fitnessstudios Deutschlands wird Spinning mittlerweile angeboten. Der Vorteil gegenüber Radfahrten im Freien besteht darin, dass du Zeit und Intensität deines Workouts wesentlich genauer bestimmen und auch eingrenzen kannst. Du kannst den Widerstand an deinem Rad jederzeit individuell regulieren. Im Zweifel auch so leicht, dass deine Muskeln keinesfalls übersäuern. Versuche einfach ohne Leistungsdruck nach und nach eine Sensibilität für die Bedürfnisse deines Körpers zu entwickeln. Dann wirst du nachhaltig von diesem Indoor-Sport profitieren. Und bitte nicht vergessen, im Kursraum weht kein kühlender Fahrtwind. Daher immer genug trinken. Ist der Sitz viel zu hoch eingestellt, kommt es beim Training zu einer Streckung im Knie, die das Gelenk auf Dauer schädigen kann. Achten Sie bei der Höhenjustierung des Sattels darauf, dass der Beinwinkel zwischen Unter- und Oberschenkel im unteren Bewegungsendpunkt höchstens 170 Grad beträgt. Wer mit einem derartigen Rundrücken trainiert, muss sich über Schmerzen im Bereich der Brust- und Lendenwirbelsäule nicht wundern. Optimale Rückenposition Richten Sie den Schultergürtel auf, strecken Sie den Brustkorb raus und bauen Sie eine stabile Rumpfspannung auf. Nicht nur fürs Outdoor-Radeln, sondern auch fürs Training auf dem stationären Bike gilt, Halten Sie die Hände während des Trainings möglichst in Verlängerung der Unterarme. Die Gelenke sollten weder nach unten noch nach oben abgewinkelt sein. Besonders wenn Sie mehrmals pro Woche trainieren, riskieren Sie sonst auf Dauer Gelenkschmerzen oder taube Hände. Bei einer zu tiefen Sitzposition können Sie die Beinmuskulatur nicht in voller Bewegungsamplitude austrainieren. Außerdem wirkt sich ein zu kleiner Trainingswinkel im Knie negativ aufs Gelenk aus. Der Winkel zwischen Unter- und Oberschenkel sollte in der oberen Position 90 Grad nicht unterschreiten. Stellen Sie das Gerät so ein, dass Sie Ihre Knie nicht voll durchstrecken können. Der Lenker bietet häufig mehrere Positionen an. Variieren Sie gern zwischen aufrechter Sitzposition und Rennhaltung. Dann aber auf einem gestreckten Rücken achten. Wenn Sie die Schultern hochziehen, verspannt sich die Nackenmuskulatur. Die Durchblutung wird dadurch eingeschränkt und es kann zu einem Verspannungskopfschmerz kommen. Ziehen Sie stattdessen die Schultern bewusst nach unten und die Schulterblätter hinten zusammen. Wenn Sie die Schultern hochziehen, verspannt sich die Nackenmuskulatur. Die Durchblutung wird dadurch eingeschränkt und es kann zu einem Verspannungskopfschmerz kommen. Ziehen Sie stattdessen die Schultern bewusst nach unten und die Schulterblätter hinten zusammen. Wer auf dem stationären Bike mit dem Oberkörper hin und her pendelt, verschenkt wertvolle Energie. Versuchen Sie stattdessen den Rumpf beim Training auf dem Fahrradergometer stets ruhig zu halten. Schließlich ist reguläres Radeln ja auch keine seitwärts, sondern eine geradeaus Bewegung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020